Was geht ab? Ich wollte euch sagen, dass wir eigentlich so gut wie in der ganzen Gruppe durch sind. Mit allem. Wir haben jetzt eigentlich nicht mehr viel zu tun. Wir haben jetzt eigentlich eine große Pause gönnt. Und ja. Alles klar. Ich schaue, dass wenn ich irgendwas mache oder tue oder wie oder was, dass ich mich auf jeden Fall wieder Video drum kümmere. Ich glaube ich habe vielleicht noch irgendwo alte Videos. Wenn es auch interessant sind, entweder nehme ich sie noch oder lösche sie, mir egal. Aber ja, das wird mir ja sein. Auf jeden Fall, bis dahin. Ich wünsche euch alles, was ich euch noch zeige. Was ich heute schon noch gemacht habe. Das war mein besten Kollege, Marvin. Der war ja auch schon öfters bei mir. Pass auf. Da sitzt er. Marvin sagt mir Hallo. Meine Marvin. Und seine Pool dahinter. Ja. Danke. Auf jeden Fall. Bis demnächst. Ich wünsche euch was.